Das ist der Polarkreis, das ist der Arctic Virkel. Der Polarkreis, das ist die gedachte Linie, wo einmal im Jahr die Sonne 24 Stunden nicht untergeht oder nicht aufgeht. Das heißt, am 21. Juni ist ja Midsommernacht, da ist es hier Tag und Nacht hell und es scheint auch die Sonne, wenn jetzt keine Wolken sind. Und am 21. Dezember geht die Sonne nicht auf. Das heißt, das ist dann hier dämmerig. Da geht die Sonne nicht über den Horizont und das ist die gedachte Linie hier. Das war der Herr Polar. Herr Polar, genau. Und seine Frau war die geborene Kreis. Du sollst ja auch mal lernen, wenn du mit mir unterwegs bist. Und nicht nur der Polarkreis ist in Rovaniemi. Hier lebt auch der einzig wahre Weihnachtsmann. Der heißt in Finnland Jullu Pukki und kann das ganze Jahr über in seinem Haus besucht werden. So, 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 so. Und Sie kommen aus Deutschland. Ja. Und wo in Deutschland? Aus Hagen bei Dortmund. Aus Hagen bei Dortmund und die? Emsländer, von der Küste. Emsländer, okay. So, dann habe ich noch ein Problem. Ich war sechs Jahre alt und da habe ich mir einen Kettker gewünscht. Okay. Und ich habe eine Eisenbahn gekriegt. Ja. Was ist los? Ja. Und du musst die Spiegel gucken und die Augen da sehen und fragen, was ist los? Und ich dachte, die Antwort kommt da. Hat Spiegel zu mir gesagt? Ja, ja, ja. Fahr zum Weihnachtsmann und beschwere dich und tu eine gute Tat und bring den Spiriteur mit. Ja, aber ja. Weihnachtsmann. Komm, komm, komm. Ja. 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 Ja.